Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgit's Musikstunde. Heute spielen wir ein amerikanisches Volkslied, Oh When the Saints Go Marching In. Das Lied hat nur fünf Töne, die rechte Hand spielt CDEFG und die linke Hand auch. Es gibt zwei Stellen, wo der Rhythmus etwas komplizierter ist und das besprechen wir dann. Wer gerne mitspielen möchte, ladet euch die Noten herunter, druckt sie aus und stellt sie euch hin und es geht an die Tasten. Viele? Viele? Viele?